So meine Freunde, da machen wir doch heute glatt mal gleich weiter. Oh, jetzt dann war ich zum Feierabend etwas verwirrt, also zum Feierabend der Folge. Das ist im einfachen Grund, denn der Telefon hat neu geklingelt oben drauf und ich hab mich mal was brummt hier so. Ach, war etwas, ja, eklig. Gut, äh, Verwirrung hin oder her, die Verwirrung ist beseitigt, wir machen jetzt hier weiter, was wir machen wollten. So, und zwar, ich hatte ja gesagt, ich mach jetzt hier schön, warum hab ich jetzt hier eigentlich immer noch einen neuen Quantum Store? Achso, egal, hier hauen wir ja erstmal rein. Ich wollte ein Ausgabeteil machen, genau, das war, ich wollte ein Ausgabeding, ist aber zu sehen, ah ja, okay, ist ja sehr schwach zu erkennen. Äh, was fehlte mir jetzt hier? Achso, das Diamanten-Ding fehlte mir hier. Machen wir mal nur einen, weil ich glaube, so viel brauchen wir ja nicht. So, dann machen wir nämlich diesen hier, das haben wir, Datenkabel, hatte ich wieder systemisch müssen, war natürlich blöde. So, dann machen wir nämlich diesen hier und dann werden wir das da drin verbinden einfach. Ja, dann nehmen wir einfach hier unten drunter und ziehen wir es einfach hier unten raus. So, komm mal runter, äh, komm her hier, zack. So, wo haben wir denn, wo haben wir denn, wo haben wir denn, wir sind jetzt da, haben wir da, jetzt müssen wir diese Orientierung finden hier. Wo hab ich denn, äh, warte mal, da ist die Farm, da ist das, wie bescheuert. Ah, da haben wir doch. So, dann werden wir nämlich hier ein Ausgabegerät dran bringen, dann werden wir nämlich den hier machen und dann werden wir das hier einfach mit dem verbinden. Und ich hoffe, dass die Kabel nicht unbedingt gerade Lacks verursachen. Also, ich bin mir da überhaupt nicht sicher, weil es muss ja in irgendwas liegen, denn hier sind ja keine großartig schwebenden Items unterwegs. Also, überhaupt nicht. So wie bei Buildcraft in den Pipes. Ja, gucken wir mal. Passiert hier was? Passiert hier überhaupt irgendwas? Irgendwas? Okay, eine Ausgabe. Gut, das war schon mal blöd. Fällt mir gerade ein. Ich muss ja eine Eingabe, ach, ich muss eine Eingabe machen. Rein ins System. Ach ja, schön. Eine Ausgabe war doch völlig verkehrt. Sag mir das doch einer. Ach ja. So, hoffen wir nun mal, dass das mit den... Äh, schon wieder Orientierung verloren. Ach, gibt es denn so weit? Ach, da muss ich hin. Ich hoffe nur, dass ich die anderen Teile, die eigentlich zusammengecraftet werden, müssen nicht auch ins System ziehen. So. Okay, das funktioniert schon mal. Das ist nicht das Problem. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir noch die restlichen Sachen hier irgendwie... Warte mal, das können wir ja eigentlich ändern, indem wir... Indem wir, indem wir... Wir nehmen mal einfach... Warte mal, das machen wir doch anders. Ja, guck mal her. Wir nehmen hier einfach von jedem mal so ein Stack raus. So, Kohle. Ne, Kohle hatten wir ja schon, oder? Ne, hatten wir nicht. So, hiervon... Oh, das sind doch jede Menge hier. So, Federn bräuchten wir auch noch. Das haben wir, das haben wir. Dann werden wir die mal auch noch hier in irgendein... Quantum-Ding kloppen. Hier ist schon was drinne. Hier ist auch schon was drinne. Hier ist... Oh. Ich glaube, er zieht sich hier gerade einfach selber irgendwas rein, was er vielleicht gar nicht machen sollte. Warte mal, jetzt bin ich selber verwirrt. So. Den machen wir wieder rein. Hier haben wir schon mal Schwarzpulver drinne. Das passt doch aber eigentlich auch. So, hier haben wir den gebrochenen schwarzen Quarz. Hat er aber ziemlich schnell gleich alles in die Quantums geschmissen. Kann das sein? Wieso habe ich denn jetzt hier schon... Habe ich nicht schon Wetzeln irgendwo drinne gehabt? Oh, verdammt. Ich glaube, ich habe hier ein kleines... Einen kleinen großen Fehler gemacht. Ach, ich habe es hier ahnt. 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 Muss ich also alles nochmal irgendwie korrigieren? So ein Mist aber auch. Nein. Fäll ja Schwachsinn. Was erzählt ihr denn da für ein Blödsinn? Das sind doch die anderen, die ich von dir abgenommen habe. Alter. Also, ich kann es nochmal sagen. Ich bin verwirrt. Das ist nämlich gerade nicht so meine Zeit hier. Ich habe doch die... Also, für euch war es gestern. Für mich war es heute. Oder eben. Oder vorhin. Wie auch immer. Die Quantum Storage ist doch alle umgeparkt. Ah. Guck mal. Ist doch alles gut. Guck mal. Ist doch alles gut. Ich hatte doch noch gar kein Redstone... ...Quantum... ...Dingsbums. Hier habt ihr. Ich glaube, es ist umgeparkt. So. Können wir doch erst nochmal weitermachen. Guck mal. Hier ist noch gar nichts drin. Da weiß ich gar nicht, was er reinschmeißen soll. Ha. So. Machen wir diesen hier. Dann hauen wir die nämlich mit rein. Hier ist auch noch nichts drin. Dann nehmen wir hier einfach mal die Pfeile. So. Was haben wir noch schönes? Hier war es schon überall. Da war es schon überall. Da war es schon überall. Da war hier ist noch nichts drin. Hier haben wir aber ein paar Fäden am Start. Die Fäden kloppen wir hier auch rein. Hier ist auch nichts drin. Dann nehmen wir hier einfach mal die Federn. So. Was haben wir hier noch schönes? Wir haben jetzt hier die Knochen. Können wir jetzt hier reinschmeißen. Dann haben wir die auch. Hier haben wir den Kram. Die komischen Kakaobohnen. So. Wo haben wir jetzt hier aufgehört? Was haben wir hier noch? So. Eier ist klar. Die Eierke. Warte mal. Die Eierke selber gemacht. Richtig. Die hatten wir schon. Kohle hatten wir glaube ich auch schon. Warte mal. Holzkohle. Ach ist egal. Komm. Was soll's? Was soll's? So. Genau. So. Ab Kohle fangen wir wieder an. Na. Da wollte ich hin. Haben wir den. Dann nehmen wir einmal hier die wieder raus. Dann können wir die hier auch noch drin machen. Machen wir das hier ja nicht irgendwie auf die. Ein. Das hier. André. Konzentriere dich. So. Dann haben wir hier diese komischen. Eins. Wie heißen die? Ancient Sporen. Na ja. Hier ist es schon. So. Hier haben wir denn Eier. Die werden wir dann ja auch gleich brauchen. Denn die aus der Hühnerfarm. Die ganze Geschichte werden wir nämlich auch noch hier rüber ziehen. In die Quantum Storages. Einfach nur weil wir es können. So. Wieder rein. Hier ist noch leer. Das ist sehr schön. Dann kommt hier die Kohle rein. Dann haben wir. Huch. Dann kommen hier die Mörche noch rein. Haben wir das auch. Sehr geil. Passt. Also haben wir noch zwei leere. Was nehmen wir denn noch? Wir nehmen hier auf alle Fälle den. Ach so. Hacke noch eine Hand. Hühner Mist. Alles klar. Hühner Mist. Hühner Mist. Hühner Mist. Und dann haben wir doch eigentlich. Können wir denn hier. Ach komm. Wir nehmen noch ein paar Steine mit rein. Dann haben wir hier erstmal alles. Soweit erledigt. So. Die Steine. Die Steine. Und die Steine. Sehr geil. Gut. Hört sich sehr gut an. Dann können wir nämlich hier schon mal die ganze Schicht hier wieder rauspumpen. So. Machen wir hier extra hier. Wird jetzt eine ganze Weile dauern. Bis das hier fertig ist. Da weg. Aber auch nicht mit irgendwelchen Upgrades arbeiten. Ich glaube das lohnt sich auch denn auch gar nicht. So. Könnte eine ganze Weile dauern bis das fertig ist. Naja. Aber das macht er ja alles nebenbei. Ups. Macht er ja alles nebenbei parallel. Sollte mich nicht stören. So. Kakaobohnen hatten wir auch. Das können wir hier immer nach da machen. Immer aktiv. Was haben wir hier drin? Knochen. Habe ich gesagt. Haben wir auch schon einen fertig. Tintenbeutel hatten wir auch einen fertig. Holzstufen brauchen wir nicht. Federn Globig hatten wir auch. Die werden wir auch brauchen wegen der Hühnerfarm. Holzeichenzaun. Ja. Ist egal. Und die Pfeile noch. So. Immer aktiv da rein. Sehr schön. Da können wir nämlich hier wieder einmal die Upgrades rausnehmen. Sagen hier insertieren. Und dann müsste der ganze Kram von da hinten wieder hier reinlaufen. Ja. Ich brauche unbedingt. Wie heißen die Upgrades? MMM. Verbesserung. Ja. Warte mal. Da haben wir jetzt zwei davon. Da haben wir zwei davon. Ich muss mal wieder runter kurz mal. Ich muss das hier ein bisschen sch... Orientierung. Wo bist du hin? Ah. Da hin. So. Müssen wir ein bisschen hier wieder beschleunigen. Denn das reicht gerade nicht so richtig. Oh. Schade. Oh krass. Ach. Das war jetzt blöd. Ich habe nur einen aus dem System gezogen. Die stacken sich ja nicht. Ich vergaß. Ich vergaß. Ich vergaß. So. Eine Verbesserung der Geschwindigkeit. So. Bist du dann schon wieder für ein Kunde? Bin hier auf dem Puffer hier. So. Kann hier alle draus. Kann hier alle draus. Datenkabel brauchen wir auch nicht mehr. Ja. So. Nochmal. Verbesserung der Geschwindigkeit. Zucker, Redstone und eine normale Verbesserung. Habe ich noch eine normale Verbesserung hier drin eigentlich? Ne. Habe ich gar nicht. So. Dann machen wir noch schnell eine. Und Geschwindigkeit kriegen wir durch Zucker und Redstone. Sollte kein Problem sein. Haben wir da. So. Und einmal noch ein Redstone. Zap, zap. Jetzt sollte hier auch fertig sein. Haben wir den. Äh. Hatte ich nicht. Achso. Das deckt mich schon raus. Na gut. Kann doch alles sein. So. Orientierung. Wo bist du hin? Dahin. Nein. Bist du hin? Da. Doch. Na ist ja fast richtig. Gut. Dann gucken wir mal, ob er von mir in der Geschwindigkeit jetzt hinkommt. Na wird das mehr oder weniger überall. Also die Steine schafft er noch nicht. Aber warte mal. Vielleicht können wir das ja ein bisschen beschleunigen, indem wir einfach an den Seiten nochmal zwei heransetzen hier. So. Dann machen wir nochmal zwei Eingabe-Dinger. Sollte nicht das Problem sein. Äh. Blö, blö, blö. Okay. Man sollte vielleicht die Zeile treffen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So. Dann machen wir nochmal hiervon. Eins, zwei. Die haben wir. Und nochmal die Verbesserung. Sprich, das ist da. So. Dann haben wir hier. Eins, zwei. Eins. Ah. War Blödsinn. Äh. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Dann nehmen wir nochmal sechs Zucker. Hä? Also manchmal kannst du die Tasten nicht drückt halten und manchmal nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Und den Zucker. Finde ich so. Ah, finde ich so. Sehr schön. Okay. Passt, passt, passt. Passt, passt, passt. Das, das und das. Und die Fünfe hauen wir hier rein. Und dann sollten ja hoffentlich gleich das wieder schnell gehen. Wäre natürlich eine Maßnahme. Äh. Datenkabel. Genau. Das war halt noch. Da war ja noch was. Da war ja noch was. Das brauchen wir auch noch. So. Dann haben wir nämlich die hier fertig. So. Einer müsste jetzt noch kommen. Da ist er. Sehr schön. Und dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht ein bisschen beschleunigt kriegen. Denn. So, haben wir ein. Ach, Mensch. Wieder falsch. So, komm her hier. Äh. Machen wir einmal da hin. Und einmal da hin. Dann werden wir das mal schnell noch da verbinden. Und hier verbinden. Dann kommen hier nochmal. Wupp. Oh. Aber egal. Könnte vielleicht reichen. Ja. Das sieht ganz gut aus. Das ist schon in Ordnung. Vielleicht kriegen wir noch eine Verbesserung hin. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das Schlimme ist, dass ich die jetzt alle jetzt verwende und nachher ja nicht mehr brauche. Aber gut. Vielleicht finden wir noch eine andere Möglichkeit, die nachher zu verbrauchen. Später, wenn ich dann die Hühnerfarben damit verbinde. Damit man hier einfach nicht 5000 verschiedene, ähm, wie sagt man, ähm, ja, Speicherpunkte habe. Also nur einmal hier die ganze Quantum-Geschichte zu stehen habe. Und das sollte dann hoffentlich genügen. Also wenn das hier alles weg ist, wenn die Kisten hier, die, die Basic Drawers, wenn die alle leer sind, dann, oh, Ena ist sogar schon leer. Ja, okay, dann würde ich behaupten, könnte es unter Umständen wieder etwas flüssiger laufen. So, kann hier auch alles rein. Das passt also auch. Okay, das kloppt hier ganz schön weit raus. Geht gemütlich vor sich hin. Soll er auch machen, ist in Ordnung. Und dasselbe Spiel werden wir auch da hinten machen. Aber das machen wir dann erst, wenn es soweit ist. Denn Kohle, Holz, Nether, Redstone kriegen wir alle hin. Haben wir auch da, haben wir auch da. Brauche ich nur Feuerstein, brauche ich Sand, brauche ich Farbstoffe. Naja, siehst du mal, ein paar werde ich noch brauchen. Theoretisch könnte ich aber das schon mal vorbereiten. Äh, Hühnermist haben wir auch, Holzstammer haben wir auch. Kupfer haben wir da. Ich meine, Knochenmehl haben wir noch nicht. Machen wir noch eh mal Sand und eh mal Feuerstein. Wie viel haben wir jetzt hier überhaupt? Wir haben jetzt noch mal zwei, vier, sechs, sieben. Sieben Basic Drawers brauchen wir noch. Nicht Basic Drawers, so ein Quatsch, ey. So, Quantum hast du gesehen hier. Zack, machen wir noch mal sieben oben drauf. Dann brauchen wir noch mal von den externen Speichern sieben. Das sollte also auch kein Problem sein. Dazu werde ich aber noch mal 14... Ach, da waren sie gerade. Schade eigentlich. Komm mal her. Buh, buh, bumm. Wir werden das mal anders lösen diesmal. Wir werden das mal so machen. Ach, reicht gar nicht. So, wir brauchen jetzt hier noch mal 14 Kissen, Himmel, Jesees und Negern. Komm mal her, ja. Ach, Wanno. Gibt es denn sowas? Komm mal her, wo seid ihr denn jetzt hier? Komm, da. Da sind sie doch. Und da hat sich diese verkackte Aufnahme schon wieder beendet. Also, ich weiß gerade echt nicht, was das ist. Ihr wisst ja, wo die Reise hingeht. Ich muss echt rausfinden, wo nicht liegt, dass sie ab und zu abbricht. Egal. Sind eh 17 Minuten um. Sehen wir uns morgen wieder, meine Freunde. Und tschüss. Tschüss.